L'état c'est moi. Also, der Staat, das bin ich, behauptete der französische König Ludwig XIV. von sich selbst. Er regierte von 1643 bis 1715, also 72 Jahre, und trug auch den Titel Sonnenkönig. Das bekannte Herrscherporträt Ludwigs malte Huisson de Rigaud im Jahre 1701. Der König war damals 62 Jahre alt. Ludwig trägt eine Perücke mit dichten schwarzen Locken, was ihn jünger aussehen lässt. Das Gemälde hängt heute im Louvre in Paris und ist 2,77 Meter hoch und 1,94 Meter breit. Der König misst auf dem Gemälde über 2 Meter, wird also über lebensgroß dargestellt. Wer vor dem Gemälde steht, muss zum König heraufschauen. Das Bild ist so komponiert, dass seine Gestalt pyramidenförmig aus dem Bild ragt. Auf dem Bild finden sich viele Details, die den absoluten Machtanspruch Ludwigs unterstreichen sollen. In diesem Modul sollst du diese Symbole entschlüsseln und erklären. 2 3 8 10 10